Hi, ich bin's Final. Ich bin zurück mit einem Projekt, was ich euch zeigen möchte. Tatsächlich ist es ein Projekt, was ich euch schon seit vielen Jahren zeigen wollte. Ich habe nämlich 2017 mal einen kleinen Prototypen, ein Video für einen Prototypen, den ich gebaut habe, hochgeladen, in so einer Art Let's Play. Das war so ein Plattformer, recht dunkel gehalten, ein Plattformer halt in Jump'n'Run-Spiel mit Hebeln und Türen und Lava und so. Damals wollte ich auch euch zeigen, wie ich das Ganze realisiert habe. Blöderweise hatte ich damals einen Festplatten-Crash und das Projekt war weg. Dachte ich zumindest. Bis heute, weil ich das Projekt jetzt wieder gefunden habe. Und jetzt kann ich es euch tatsächlich mal zeigen. Ich habe hier die Version damals, wo ich ein bisschen noch dran rumgebaut habe, gefunden. Da, wo ich eigentlich an dem Spiel weiter machen wollte. Und ja, das Ganze habe ich realisiert in Unreal Engine. Das habe ich damals auch nicht gesagt. Ich habe das realisiert in Unreal Engine 4. Genau genommen die Version 4.13. Blöderweise kann ich das Projekt auch wirklich nur noch mit 4.13 öffnen. Wenn ich das mit irgendeiner anderen Unreal Version starte, habe ich entweder Probleme mit meinem Projekt, dass irgendwas nicht funktioniert. Zum Beispiel die Lichter gehen nicht mehr, die Tilemap ist kaputt oder irgendwelche andere Sachen. Oder es stürzt halt komplett ab. Also Unreal Engine 5 Punkt irgendwas, das bricht einfach komplett ab und sagt, Projekt kann nicht geladen werden. Das heißt, ich kann das nicht portieren in eine neue Unreal Version. Dazu sollte man wissen, das war mein erstes Unreal Engine Projekt, was ich gemacht habe. Und ich habe hier viele Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel ein falsches Einheitensystem komplett überall verwendet. Und das hat es unglaublich schwer gemacht, damit zu arbeiten. Und ich würde so in dem Projekt auch nicht mehr weiter arbeiten wollen, in dem Zustand, wie es jetzt ist. Aber ich wollte mal so ein bisschen über die einzelnen Dinge drüber gucken, die ich so gebaut habe. Wie habe ich denn was gelöst und ein bisschen erklären, so auch so für ein bisschen für mich als Gedächtnisstütze. Was habe ich denn gemacht? Und weil das ein oder andere kann ich übernehmen in andere Projekte, in andere Spiele. Und ja genau. Hier sind wir in Unreal Engine. Und zuallererst seht ihr, das ist 3D. Unreal Engine ist eine 3D Engine. Und das erste, was ich jetzt mal mache, ich gehe mal noch in Afterburner rein und stelle mal Power Limit auf 50%. Weil ich habe einen sehr, sehr schnellen Rechner. Da brauche ich hier nicht die volle Leistung für so ein kleines Mini 3D Spiel. So, was braucht man noch? Was soll ich noch erklären? Ja genau. Es ist eine 3D Engine. Unreal Engine. Das Spiel ist allerdings 2D. Das heißt, wenn ihr hier Play drückt, dann habt ihr hier eine komplette 2D Perspektive. Es gibt keinerlei Tiefeninformationen. Ihr seht, ich habe ja auch ein bisschen Licht eingebaut. Die alte Version hat nicht so schönes Licht, glaube ich, gehabt. Glaub genommen hat es, glaube ich, gar kein Licht gehabt. Es hat, glaube ich, eine Grundhelligkeit gehabt und das war's. Tun wir mal das ein bisschen heller machen. Gehen wir mal hier auf das Ambient Light im Word Outliner und stellen mal die Intensität auf 3 oder so. Ja, das ist gut. Genau, so kann man es gut erkennen. Ja, Unreal Engine ist der 3D Engine. Das Spiel ist allerdings 2D. Wenn ihr allerdings hier in einem Editor rumfliegt, seht ihr, oh, das ist aber doch mehr so 3D, weil so einige Kästen hier zum Beispiel, wie diese Lava und die Türen, die ich gebaut habe und die ganzen grünen Dinger, was so Trigger-Zonen sind, die dafür sorgen sollen, dass der Fahrstuhl zu euch kommt, wenn ihr da reinlauft. Das sind tatsächlich 3D-Objekte, die einfach reingeklebt sind. Und die Welt hier, wenn ihr da einmal reinklickt, dann seht ihr, das ist so ein Gitter, so ein Raster. Das ist eine Tile-Map, die man leider live hier drin nicht ändern kann. Da musst du erst hier in die Tile-Map selbst reingehen und dann seht ihr hier, naja, genau da hier sind die ganzen Tiles. Eine Tile-Map ist im Grunde, ihr habt hier so ein Sheet, da sind Texturen drin und ihr könnt dann einfach hergehen und Ebenen anlegen. Ich habe hier zum Beispiel eine Ebene Solid, das sind alle Blöcke, wo ihr drauflaufen könnt und abprallen könnt und so. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier einen, der bugt mich ein bisschen, der hat ja eigentlich nichts verloren. Dann machen wir Arrays, dann ist er weg. Speichern wir das Ganze, machen die Teile weg und zack, habt ihr den Block hier gelöscht. Genau, das ist komplett 2D und wenn ich jetzt aber Hebel haben möchte, wie hier dieses Ding hier, das ist ein 3D-Hebel. Da habe ich mir Hilfen gebaut in der Tile-Map. Ich habe mir Ebenen gebaut, zum Beispiel für Fluids. Das heißt, ich habe hier irgendwo ein Tileset gemacht. Ich habe glaube ich mehrere Tilesets, meine ich. Äh, glaube ich zumindest. Ja, ich sehe aber nur ein einziges Tileset und ich habe hier irgendwelche andere Texturen hier. Dieses Lava-Ding hier und das fehlt hier. Ja, okay. Irgendwo gibt es wohl noch ein Tileset, wo ich dann irgendwie auswählen müsste. Ist eigentlich wurscht. Ich habe mir auf jeden Fall ein eigenes Tileset gemacht mit so kleinen Kacheln, damit ich weiß, wo muss ich denn Lava hin platzieren. Dann habe ich das gleiche gemacht für Türen. Wo müssen denn Türen hin? Und dann habe ich das gleiche auch gemacht für Hebel. Das kann man nur kaum erkennen, weil die Hebel so dunkel sind. Und dann habe ich auch noch so Entities gemacht. Äh, hier ist eine, äh, fälschlicherweise in einem Door. Das hat ja nichts verloren. So hier die Jumppads zum Beispiel und die Spikes habe ich hier definiert. Ja, das waren alles so Hilfen, die ich mir gebaut habe, damit ich, ähm, besser die Sachen hier platzieren kann, damit ich weiß, wo ich die hier platzieren muss. Weil, ich habe ja gesagt, ich habe hier ein paar Fehler gemacht beim Bauen von dem Spielchen hier. Nämlich die ganze Koordinaten, die ich hier verwendet habe, sind nicht auf Pixelbasis, sondern irgendwie auf Unreal Engine Basis und ich habe das skaliert auf, keine Ahnung, ich habe das glaube ich, glaube ich, 32 Pixel genommen und habe das multipliziert, äh, habe das durch 32, also ich habe die Pixel durch, äh, 32 geteilt und dann komme ich hier auf ein Koordinatensystem, was dann 1,0 ist, entspricht dann einem Kachel von 32 Pixel. und das war dann irgendwie voll bescheuert damit zu arbeiten und, äh, ja, genau. Und ich habe dann halt für Lava und so, habe ich dann halt mir die Position dann halt geschnappt und habe dann halt hier die Lava Blöcke definiert. Und das funktioniert folgendermaßen, Unreal Engine hat zwei Möglichkeiten, wie wir, wie du Spielelemente erzeugen kannst, sogenannte Actors, das sind, äh, deine Game Objekte, deine Entities in deinem Spiel. Und man kann die Hierarchie davon haben, das heißt, man kann Entities in Entities in Entities haben und diese Actors können wiederum Components haben und Components enthalten dann, äh, Dateninformationen, können aber auch Spiellogik enthalten. Genau, und ich habe die Spiellogik und diese Actors über Blueprints realisiert. Blueprints, wenn man mal hier zum Beispiel auf die Kamera hier zum Beispiel gehen, sind visuelle Skripte, die man baut, mit der du die komplette Spiellogik abbildest innerhalb von deinem Ding hier. Ja, das Ding hier ist zum Beispiel ein Kamera-Actor, davon leitet es ab und das implementiert dann hier die Scene Component, da drin steckt dann die Kamera Component und so weiter und so fort, äh, beziehungsweise das habe ich, glaube ich, so eingebaut, äh, genau. Und da hast du halt so ein paar Kamera-Informationen, die du hier haben kannst, hier, keine Ahnung, äh, nee, das sind meine Varianten, glaube ich, äh, das hier, keine Ahnung, ich glaube hier Kamera Component ist, ich glaube, das ist das, was wirklich was mit Kamera zu tun hat. Hier stellt man zum Beispiel ein, die Projektion, die steht hier auf Perspektive, was seltsam ist, weil eigentlich müsste ich nur orthogonale Kamera Perspektive haben, äh, aber okay, gut. Und ja, dann hast du hier halt solche Skripte und dann kannst du hier eigene Funktionen bauen und dann hast du hier solche Nodes, die verbindest du mit anderen Nodes, was im Grunde nichts anderes ist, als wenn du programmierst und du schreibst dann halt einfach die nächsten Zeile. Und ein Branch ist eine Condition, das ist dann praktisch ein If-Block, wo dann eine Kondition drin steht und deine Condition ist eine Boolean-Condition und hier ist zum Beispiel, äh, eine Boolean-Condition, wo ich eine Variable abfrag, hasTemporaryTarget. Und dann kann man das so verschachteln, also du kannst eine, einen Wert, den du irgendwo abfragst, auch zusammenbauen aus anderen Werten oder aus anderen Funktionen, die du ausliest. Und so weiter und so fort und dann gibt es halt verschiedene Dinge, die Unreal Engine mitbringt, wie hier zum Beispiel GetTime in Seconds, GetPlayerController, EnableInput und da gibt es eine Set-Funktion, mit der du Variablen verändern kannst. Genau. Dann geht's hier das Move, das ist irgendwie die Funktion, die die Kamera bewegt. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, was das macht. Ich glaube irgendwie, ich nutze hier lineare Interpolation. Ja genau, hier ist dieses V-Interpto, das macht einen Blend-Move von der aktuellen Position zu meiner Zielposition, auf Basis von einem Delta-Zeitstempel und der Geschwindigkeit, wie ich interpolieren möchte. Und berechnet irgendwelches Zeug noch aus, keine Ahnung, schon so lange her, wo ich das gemacht habe. Ich habe das 2017 gemacht und wir haben jetzt 2022, also sechs Jahre her. Das heißt, ja, schon eine Weile her. Genau, das ist so Kamerascript und dann gibt es dann zum Beispiel so schöne Sachen wie BP-Door, das ist dann mein Blueprint für Door, das definiert man so. Man hat hier ein Viewport, das heißt, das, was man tatsächlich dann sieht, dieses Ding hier, ist dann halt hier irgendwie mein Lover-Block. Ihr seht ja, in der Tiefenperspektive ist es so gestreckt, da habe ich nicht so wirklich auf die Texturen geachtet, weil es ja ein 2D-Spiel ist. Wenn ihr das Ding anguckt, dann gibt es hier ein Material, was ich festgelegt habe, das könnte ich mir jetzt angucken, wenn ich wollte. Mache ich jetzt allerdings nicht. Ich will jetzt hier einfach mal nur in den Event-Graf reingucken und dann sieht man ja zum Beispiel, was macht denn dieses, was macht denn die Toa? Tick hier zum Beispiel, da gibt es dann ein Ereignis, was ausgeführt wird von Unreal Engine, ihr könnt dann drauf reagieren und ich habe hier zum Beispiel irgendwas mit Animationen gemacht und aktiviere die Kollision, je nachdem. Und dann haben wir hier noch eine Geschichte, dass wenn der Player gegen eine Lava-Tür rennt, dass der Player Health abgezogen bekommt, indem Damage gewirkt wirkt, da gibt es dann hier ein Interface, was ich gebaut habe. Das heißt Hurtable, ihr könnt in Unreal Engine Interfaces bauen, nehmen wir mal das Hurtable Interface, das ist ziemlich simpel gebaut. Da habt ihr rechts irgendwelche Funktionen, die ihr definiert. Man sieht hier nicht wirklich allzu viel, weil das ist ja nur ein Interface, das heißt ihr seht hier nichts. Jetzt habt ihr eine Funktion, wenn ihr doppelt klickt, dann sieht es dann hier so aus. Da habt ihr dann den Enemy, der euch wehtut, dann Amount, wie viel abgezogen werden soll und dann einen Direction und einen Impuls, was ihr wirken sollt, wenn ihr abprallen müsst zum Beispiel. Zum Beispiel, ihr lauft gegen eine Tür rechts, das kann ich mal kurz demonstrieren, wenn ich mal kurz hier hoch springe und ich laufe jetzt hier gegen die Tür, dann pralle ich hier rechts ab. Und das ist ein Impuls, der gewirkt wird, damit ich abprallen kann. Nicht alle Entities machen das, wenn ich zum Beispiel hier reinspringe in die Lava, bin ich instant tot, weil das Ding macht einen Damage von 1. Ich habe aber nur ein Leben, also 1,0 als Floating Point Wert, das heißt wenn ich da reinfalle, bin ich auf jeden Fall tot. Da wird keinerlei Impuls gewirkt, weil das macht keinen Sinn. Dementsprechend habe ich glaube ich bei Lava Fill heißt das Blueprint, ja genau hier ist es, Hurt Gedöns. Da wird dann geguckt, ob meine Lava getrocknet ist, also dried, weil man kann ja Lava abfließen lassen in dem Spiel hier. Und da geht dann auch wieder hier über das Interface, da wird dann Hurt Start aufgerufen, da kippe ich dann mich selbst als Enemy rein, sag Amount 1, das heißt, ja auf jeden Fall so viel, damit ich auf jeden Fall instant tot bin. Dann die Richtung für den Impuls, setze ich auf 0 und den Impuls setze ich auf 0. Das heißt, es wird einfach kein Impuls gewirkt, weil mathematisch entspricht das 0. Genau, was ist noch interessant, interessant ist die Technik zum Beispiel, wie die Fahrstühle funktionieren. Ich zeige das mal geschwind. Mal den ersten Hebel aktivieren, dann machen wir mal die erste Tür auf. Springen hier mal runter und dann laufen wir mal auf so einen Fahrstuhl. Und dann sagt der Fahrstuhl mir, ich kann jetzt nach unten fahren, ich kann aber jetzt nicht nach oben fahren. Also ich kann eine Interaktion machen, indem ich die Tasse nach unten drücke, aber ich kann jetzt nicht nach oben drücken, das geht nicht. Ich kann nur nach unten drücken, dann fährt der Fahrstuhl schön nach unten. Und die Logik ist so gebaut, dass ich sogenannte Elevator Stops, das sind spezielle Aktoren, die eine Trigger Zone haben, die auf eine bestimmte Maske, also man kann Kollisionen auf Masken festlegen. Und wenn du dann irgendeine Art von Kollisionsevent hast, kannst du gucken, hey, bin ich denn diese Maske? Und dann kannst du zum Beispiel folgendes Ding bauen. Wenn ich in einem Elevator bin und ich drücke jetzt eine Interaktionstaste, wie zum Beispiel nach oben, dann schieße ich einen Ray in eine Richtung nach oben in eine bestimmte Länge, zum Beispiel 10.000 Einheiten. Und wenn der Ray irgendwas trifft, was BP Elevator Stop heißt, dann weiß ich, ah, dahin kann ich fahren. Und dann weiß ich auch, dass ich dann eine schöne lineare Interpolation nach oben machen kann. So ist der Elevator gebaut. Genau, hier haben wir so Funktionen. Ich gehe mal hier in den Event Graph, das ist der Startpunkt hier. Hier haben wir zum Beispiel Interaction Move bei Event. Das heißt, wenn mein Player eine Interaktion rüber schickt, über einen Interface, genau genommen über ein Event. Das Event wiederum wird aber über ein Interface ausgelöst. Dann tue ich hier irgendwelche Funktionen aufrufen. Hier zum Beispiel Update Errors. Das heißt, ich tue dann irgendwie die Pfeile aktualisieren. Und dann wird hier irgendwie, genau, eine Interaction Direction festgelegt. Und sobald das hier festgelegt wird, kann ich irgendwie das auslösen. Genau, hier gibt es irgendwie On Move. Will be called for every tick when we have a target to move the Elevator to the target. Genau, da habe ich tatsächlich mal was kommentiert. Das ist nämlich mein eigenes Event, was ich auslöse, sobald ich bewegen möchte. Okay, da mache ich eine lineare Interpolation auf Basis von der aktuellen Position zu einer Target Position. Und rechne irgendwie dann halt aus, wie schnell ich da hingehe oder so, keine Ahnung. Und dann mache ich so Debug-Ausgaben noch und anderes Gedöns. Gucken wir mal noch ein bisschen mehr an. Dann haben wir hier auch Overlap. Das ist zum Beispiel die Geschichte, wenn du über den Fahrstuhl drüber läufst, dann gibt es da eine Trigger-Box hier. Dieses Ding hier, wenn du hier, das sieht man hier wunderschön. Das ist hier der Viewport. Da hast du hier die zwei Sprites, die den Fahrstuhl darstellen. Und dann haben wir hier den Collider, damit man draufsteht. Und dann gibt es aber oben drüber eine Trigger-Box. Und wenn du auf dieser Trigger-Box draufsteht, dann kannst du dieses Overlap-Event verarbeiten. Das heißt, da mache ich dann einen Cast von meinem Actor in eine Interface, das heißt Player Interactable. Und da rufe ich dann die Funktion auf Set Hot Interactable. Tatsächlich ist es das einfachste Interface, was ich hier habe. Und das ist dafür gedacht, dem Player eine Nachricht zu geben. Hey, du stehst gerade an etwas und du darfst jetzt interagieren. Was du interagierst, ist erstmal wurscht. Wichtig ist erstmal nur, dass es interagierbar ist. Und genau, da gibt es dann hier auch dieses Target. Und das Target bin ich praktisch selbst. An der Stelle, glaube ich. Oder sowas. Ja, genau. Und dann weiß der Player, ah, okay, er steht jetzt an einem Fahrstuhl und er kann jetzt nach oben interagieren. Und dann gibt es hier noch irgendwie, ja genau, das ist hier irgendwie, da wird On-Move-Event ausgelöst. Und dann wird dann hier zum Beispiel auch ausgelöst Find and Set Target. Das ist die interessante Funktion. Die ruft dann Find Target auf und Find Target macht dann einen Line Trace. Das heißt, der schießt einen Ray mit einer bestimmten Länge. Also es ist kein Ray Trace, sondern ein Line Trace. Das heißt, das ist ein Ray Trace mit einer festen Länge. Ray Trace ist eine unlimitierte Länge, also Infinite. Oder Infinite. Und Line Trace hat eine feste Länge. Und ich schieße halt einen Ray in die Richtungen, die du interagieren willst. Und wenn ich dann hier zum Beispiel einen Elevator Stop treffe, dann liefere ich True zurück. Und wenn nicht, dann False. Oder wenn mein Cast schief geht. Dieses Interface hier. Genau. Ähm. So ist der Fahrstuhl gebaut. Und das heißt, wenn halt irgendwo eine Lavatür dazwischen ist, dann geht der Cast schief, weil da Lava dazwischen ist. Und ich finde keinen Stopp. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel hier nicht nach oben fahren. Aber wenn ich die Tür dann aufgemacht habe, dann kann ich nach oben fahren. So, was ist noch interessant? Wir können mal noch die, äh, nicht die Kamera-Logik, die hatten wir schon. Die, ähm, Plattform Note. Das kommt morgens später an. Machen wir mal Player. Gucken wir mal den Player an. Der Player ist eigentlich recht komplex gemacht. Wir können mal so ein bisschen das Zeug hier nehmen. Also ein bisschen, äh, ein bisschen näher schieben. So. Ähm, in diesen Blueprints kann man die Sachen auch schön ordnen. In diesen Kästen. Man kann die kommentieren und so. Für Sachen, die nicht selbsterklärend sind. Hier habe ich zum Beispiel die Logik, die ziemlich simpel ist. Wenn ich lande, also wenn ich auf dem Boden lande, das Event bringt mir Unreal Engine mit, weil mein Player erbt von Paper Character. Und Paper Character bringt mir so, ähm, Standardeigenschaften mit und implementiert die, mit der du in einer Plattform-Like-Welt arbeiten kannst. Das ist allerdings ein 3D-Charakter. Und ich habe, glaube ich, irgendwo eingestellt, dass ich, äh, sag, die Y-Ebene wird ignoriert. Und das habe ich, glaube ich, irgendwo eingestellt. Ich habe aber kein Blasenschimmer mehr. Wo? Ah ja, genau hier. Planner Movement. Genau. Hier habe ich eingestellt, Constraint to Plane. Und habe gesagt, äh, die Ebene Y ist immer minus 1. Und das bedeutet praktisch, die komplette Y-Ebene wird ignoriert. Alle anderen Ebenen sind da. Die X sind Z-Ebene. X ist, naja, links und rechts. Und Z ist hoch und runter. Weil Unreal Engine ist so gebaut, also, die Ansicht hier ist so gebaut, dass Z hier nach oben ist und Y ist die Tiefe. Mittlerweile würde ich das wahrscheinlich auch, wenn ich das jetzt neu machen würde, dann würde ich es umgekehrt machen. Da würde ich dann, äh, tatsächlich X und Y so machen, dass Y nach oben geht. Allerdings, ich meine, der Player-Charakter war hier so gebaut, dass Z tatsächlich als Schwerkraft immer gewirkt wird. Und ich weiß gar nicht, ob man das umstellen könnte. Keine Ahnung. Aber hier gibt es irgendwie Gravity Scale. Das ist die Gravity, die gewirkt wird. Genau, Walkable Floor Z. Das heißt, wenn ihr, ja, wobei Z ist doch tatsächlich das ist, wenn ihr zum Beispiel eine Treppe hochlauft, dann könnt ihr einstellen, wie der Winkel, der Step Height zum Beispiel, könnt ihr einstellen, wie, ob es möglich ist, dass ihr automatisch die Treppe hochlaufen könnt. Und dann gibt es hier zum Beispiel, wenn ihr Schrägen habt, Slopes, wie stark der Winkel maximal sein darf, dass ihr auch wirklich noch hochlaufen könnt. Genau, und dann habt ihr Jump Z Velocity. Okay, ja, die Komponente ist komplett mit Z gebaut. Das heißt, ich hatte gar keine andere Wahl. Ich musste es mit Z bauen. Ja, gehen wir mal wieder zum Player zurück. Hier ist zum Beispiel das Jump Ding gebaut. Das heißt, wenn ich die Jump Taste drücke, da gucke ich danach, falle ich denn gerade? Das bringt mir dieses Charakter Movement mit. viele dieser Funktionen hier. Das ist eine Funktion, da kippst du einen Target rein. Ein Target ist eine Component, in dem Fall hier die Character Movement Component. Und das liefert mir dann zurück, ja, ist dieses Ding gerade im Fallzustand. Fallzustand bedeutet, ich stehe nicht auf dem Boden. Typischerweise bedeutet das, dass meine Velocity für Z größer ist als Null. Weil im Unreal Engine Koordinatensystem ist, wenn ihr Z nach oben geht, dann springt ihr. Praktisch. Und das ist im Grunde, ihr springt vom Boden weg. So könnte man Falling zum Beispiel ganz simpel implementieren. Besser ist natürlich, eher zu gucken, stehe ich auf dem Boden. Indem ich einen Ray nach unten schieße. Und wenn der Ray einen Boden trifft, also man hat so eine Art Sensor unter dem Player, dann weiß man, ah, okay, man steht auf dem Boden. Genau. Da habe ich dann auch implementiert, wie das funktioniert mit Wall Jump. Da wird dann, glaube ich, geguckt, wenn ich falle, dann darf ich Wall Jump machen. Wenn ich vom Boden stehe, dann darf ich Jump machen. Interessanterweise habe ich hier wohl vergessen zu prüfen, ob ich überhaupt springen darf in Form von Jump Count, oder? Weil Jump Count wird hier irgendwie nicht geprüft. Machen wir mal Jump. Ja, habe ich nicht geprüft. Also das ist tatsächlich ein Bug hier in meinem Spiel, den man wahrscheinlich irgendwie ausnutzen könnte, dass du, wenn du schnell genug bist, mehr verspringen kannst. Allerdings inkrementiere ich hier den Jump Count und, äh, ja, keine Ahnung. Wall Jump allerdings ist, glaube ich, so gebaut, ähm, genau, die Komponente kann kein Wall Jump und ich habe Wall Jump, glaube ich, so gelöst, dass ich einen Ray schieße in die Richtung, die du gerade läufst. Und wenn ich eine Wand treffe, dann erlaube ich einen Wall Jump, äh, Wall Jump. Hier mache ich da einen Line Trace und schieße das in eine bestimmte Richtung. Und die Linie ist aber nur so lang wie mein Kollisionsradius plus so eine gewisse zusätzliche Tiefe, die ich noch mit rein kippe, damit ich so ein bisschen Spiel habe. Weil Mathematik für Physik kann nie exakt funktionieren. Man braucht immer so ein bisschen Toleranz. Das ist, keine Ahnung, 0,1 oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eingestellt habe. Und wenn die Toleranz dann, auf jeden Fall, wenn ihr dann eine Wand trifft, dann rechne ich halt aus, wie mein, wie meine Velocities sein muss, damit der Player entgegen der Wand abspringt. Also ich mache hier zum Beispiel einen Sign und negiere im Grunde die Richtung, die Abprallrichtung, die rausgekommen ist von meinem Line Trace und erhöht dann den Jump Count. Ah, okay. Hier wird Jump Count geprüft. Da wird sichergestellt, dass ich nicht springen kann, wenn Max Jump Count erreicht ist. Genau, das ist Jumping und dann gibt es hier noch zum Beispiel hier das Hurt Event. Da soll dann der Player zum Beispiel Leben abgezogen bekommen und so Sachen. da passiert einiges. Ist aber jetzt erstmal eher unwichtig. Was noch interessant ist vielleicht, ist die Interaktionsgeschichte. Wenn ihr die Taste hoch, also wenn ihr auf der Achse hoch oder runter drückt, das ist das Event Input Access Move Up, da bekommt ihr einen Wert zurück zwischen minus 1 und 1 und da könnt ihr dann entscheiden, ob ihr eine Interaktion gemacht habt und eine Interaktion ausführen. Da gibt es dann hier irgendwelche Bulleings, die ich da drin habe und nämlich Vektoren, was weiß ich, was alles. Und ja, so löse ich dann eine Interaktion aus. Das war im Grunde so der Player. Was ist noch interessant? Interessant ist zum Beispiel noch das Jump Pad. Jump Pad ist folgendermaßen glaubt gebaut, wenn wir mal hier so auf Viewport gehen. Ist recht simpel. Wir haben hier unser Sprite, dann haben wir hier unsere Triggerbox. Das heißt, ich kann nicht damit kollidieren, aber ich kann damit zumindest ein Kollisions-Event abfangen. Ich glaube, das Einzige hier in dem Proprint ist, was ich mache. Ich gucke nach. Stehe ich da drin? Ist es mein, bin ich der Player? Da gehe ich direkt tatsächlich auf Player und davon hole ich mir dann das Character Movement Component. Davon hole ich mir dann die Schwerkraft und da rechne ich dann irgendwie die entgegengesetzte Schwerkraft aus, die gewirkt wird. Ich mache davon die Wurzel, multipliziert es dann mit dem Launch Vector und ich meine, ich habe eine Funktion, die heißt Set Launch Vector, die berechnet auf Basis von meiner Position, von meinem Jump Pad und der Apex Position, das heißt, das ist die Zielposition, wo ich hinspringen möchte. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Ich habe das so gebaut, nämlich, hier ist das Jump Pad. Kannst du hier einen Target angeben. Man sieht das Target, hier leider nicht. Ich kann allerdings eine Preview einschalten und dann seht ihr solche Pfeichen. Das ist ein sogenanntes Construction Script, was in Unreal Engine ausgeführt wird. Das wird live ausgeführt, sobald ihr irgendwas hier im Editor verändert. Das sind meine eigenen Variablen. Und ich habe hier die Location eingestellt. Das ist ein Transform. Eigentlich müsste ich kein Transform benutzen, ein Vektor reicht aus und tatsächlich ignoriere ich die X- und Y-Koordinaten für. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel einstellen, wo möchtet ihr dann hinspringen. Ich möchte zum Beispiel jetzt hier hinspringen. Das heißt, ich habe gesagt, relativ von hier 150 Z-Einheiten nach oben. Ich könnte aber jetzt zum Beispiel sagen, ja, nee, 400. Und dann fliege ich hier durch die Decke. Mach ich das mal? Beziehungsweise ich fliege nicht durch die Decke, sondern ich werde hier einfach nach oben katapultiert und ich hau mir den Kopf an. Kopf anhauen ist aber blöd, deswegen mache ich das wieder zurück. Und ihr seht, ich lande exakt praktisch da, wo der Pfeil ist. Und wer weiß, wie Jump-Pads funktionieren, der weiß, man wirkt einfach einen Velocity-Impuls entgegen der Schwerkraft. Und typischerweise tut man das hart kodieren in seinem Entity, wenn man zu faul ist, eine Zielposition anzugeben. Wenn du eine Zielposition angibst, dann musst du die selber ausrechnen, diesen Impuls. Und das mache ich hier in dem Jump-Pad. Und das ist das, was hier passiert. Ich rechne nämlich aus der Start- und Endposition in Weltkoordinaten aus, wie wird dann, also wie, was für ein Launch-Vektor kommt dann raus auf Basis von der Schwerkraft. Das heißt, da wird dann irgendwie hier, keine Ahnung, die Differenz zwischen den beiden Z-Positionen genommen, weil X und Y ignoriere ich. Ich interessiere mich nur für Z. ziehe das dann ab, dann habe ich das Delta davon, multipliziere das dann mit der Schwerkraft, multipliziere das dann nochmal mal zwei, ziehe davon die Wurzel, teile das dann aber nochmal durch die Schwerkraft und das ist dann irgendwie mein Launch-Vektor, der dann zusammengebaut wird aus den ursprünglichen ein X- und Y-Position. Und wenn ich dann tatsächlich das Ding dann wirken möchte, hier zum Beispiel, dann wird das dann multipliziert, dann nochmal durch die Schwerkraft, die aber dann doch wieder geteilt wird durch die Wurzel, negiert durch die Schwerkraft, die vom Charakter mitkommt. Äh, ja. Äh, okay. Und dann wird Launch-Charakter ausgeführt und da kippst du einfach eine Velocity rein und fertig ist die Schichte. Ja, das war recht smart und das Construction-Script, äh, rechnet einfach den Launch-Vektor auf und dann ruft es hier die Draw-Helper-Funktion auf und das macht dann eine For-Loop über eine Anzahl an wieviel Pfeichen möchte ich denn da darstellen und rechnet dann die Position aus und so weiter und so fort und tut dann eine Instance erzeugen und zeichnet dann diese File-Meshes. Recht smart gebaut, wie ich finde. Was ist noch interessant? Interessant ist zum Beispiel noch das System, wie die Plattformen funktionieren. Ich habe hier zum Beispiel eine Blueprint, das heißt BP, äh, Plattform. Ich wusste damals nicht, wie du Pfade definierst, wo ein, ein Aktor entlang folgen kann. Also habe ich das selber gebaut über lineare Interpolation und ich habe das so gebaut, dass du eine Variable hast, das heißt Target, du kippst hier einen Current, einen Initial Target rein, das ist Public. Das ist, glaube ich, ein Aktor. Daraus kann ich mir dann meine erste Plattform ausrechnen, wo ich denn hinfahren möchte. und so ein Ding muss vom Typ BP Plattform Node sein und BP Plattform Node hat einen Next und einen Previous Teil. Irgendwo muss das drinstehen. Ah ja, genau, hier Next und Previous, hier sind meine Variablen. und auf Basis von denen hier kann ich dann halt ausrechnen, ähm, wie muss ich denn, also wie weit muss ich denn fahren, wie lang muss ich denn fahren auf Basis von Zeit. Und ich habe, glaube ich, sogar eingebaut, dass ich, äh, wenn mir hier mal auf die erste Node geben, dass ich auch so eine Art Previous habe, das heißt, ich zeichne eine Linie und ich kann die Linie zeichnen von Punkt zu Punkt und dann weiß ich, ah, okay, der Fahrstuhl oder die Plattform fährt hier einfach nach rechts, dann fährt sie nach oben, dann wieder nach rechts und dann von hier auch wieder nach rechts und dann stoppt sie hier und dann wartet sie, glaube ich, ein bisschen, ich habe, glaube ich, irgendwie ein Delay eingestellt oder sowas, ja genau, Delay von vier, drei Sekunden, das heißt, es wartet drei Sekunden und dann fährt sie die gegengesetzte Richtung wieder zurück. Genau, das ist die Logik von den Plattformen, das heißt, Moog Plattformen bei Tick Event, das macht es irgendwie. Und dann geht es da hier um die Get Target Reached, ich habe da irgendwie ein Custom Event gebaut und da gibt es dann hier irgendwie ein Overlap oder so, wenn ich an der Tür angekommen bin, dann habe ich, glaube ich, sogar einen Schutz eingebaut, dass die Plattform nicht einfach durch die Tür drüber durchfährt, sondern sie fährt einfach wieder zurück. Also wie als würde sie abprallen. Genau, ähm, ziemlich simpel gelöst, würde ich heutzutage auch anders machen, ich würde da die Standardmechaniken von Unreal Engine verwenden oder wenn ich das jetzt in einer anderen Engine nachbauen würde, würde ich das von der jeweiligen Engine verwenden und halt solche Pfade bauen, weil jede Engine kann das praktisch, äh, damals wusste ich halt nicht, wie das geht. Äh, ja, das ist im Grunde alles so, was so mit dem Spielchen hier zu tun hat. Das war's eigentlich. Was ist noch interessant, äh, die Logik zum Beispiel, wie die Lava abgesenkt wird, ich habe da glaube ich Animationen gebaut, gucken wir mal nach, äh, ich meine, ich habe Update Fill gemacht und das macht dann auch wieder, ja genau, hier ist die, äh, Interpolation, ja, tatsächlich habe ich hier komplett alles selber gebaut, also ich habe keinerlei richtige Animationen verwendet von Unreal Engine bis auf die Player Animationen, das heißt, wenn ihr springt oder so, da habe ich dann irgendwie die Sprite Animationen verwendet, die Unreal Engine mitbringt, die Paper Sprites. Aber alles andere habe ich selber gebaut, das heißt, Kamera Animationen, Plattform Animationen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ganz gut umgesetzt, wie ich finde. Ja, aber, leider kann ich in dem Projekt nicht mehr wirklich weiterbauen, weil, zum einen, es ist nicht mehr kompatibel mit modernen Unreal Engine Version und zum anderen habe ich ein falsches Koordinaten, äh, falsche Koordinatenskalierung hier verwendet und dementsprechend mag ich da dran auch nicht mehr weiterarbeiten. Aber das war das Unreal Engine Projekt. Wer Fragen hier hat dazu, der kann das gern in die Kommentare posten. Ich beantworte das gern. Alles klar. Das war's. Bis dann. Bis dann.